Die Angst, nicht bis ans Ende auszuharren von Charles H. Spurgeon Viele Menschen, die zu Christus kommen, leben in der ständigen Angst, dass sie nicht bis ans Ende im Glauben ausharren könnten. Ich habe einmal jemanden sagen hören, selbst wenn ich mich Jesus ganz anvertraue, habe ich Angst abzufallen und verloren zu gehen. Schon früher habe ich mit Gott gelebt und gute Anfänge im Glauben gehabt, aber das war immer nur von kurzer Dauer. So schnell die Veränderung auch kam, so schnell war sie wieder verschwunden. Es gibt nicht wenige, die sich äußerlich Christus hingewandt haben und sich später wieder von ihm abwandten und dadurch deutlich machten, dass sie nur einen frühergehenden Glauben besaßen. Ein solcher Glaube ist kein lebendiger, von Gott gewirkter Glaube und kann daher auch niemanden erretten. Solche Menschen fangen an, Jesus nur bis zu einem gewissen Grad zu vertrauen, während sie ihre Ausdauer und Beharrlichkeit auf den Weg zum Himmel von sich selbst erhoffen. Auf diese Weise machen sie einen völlig falschen Anfang im Glauben und kehren dann nach kurzer Zeit wieder um, wie es nicht anders zu erwarten war. Wenn wir unser Vertrauen auf uns selbst setzen, werden wir niemals bis zum Ende durchhalten. Wir müssen unsere gesamte Errettung allein von Jesus Christus abhängig machen und nicht einen Teil von uns selbst, sonst werden wir unweigerlich versagen. Keine Kette ist stärker als ihr schwächstes Glied. Unsere ganze Hoffnung muss deshalb auf Christus gerichtet sein. Verlassen wir uns nur in einem einzigen Punkt auf unser eigenes Können, dann werden wir scheitern, weil wir in diesem einen Punkt garantiert versagen. Für mich besteht kein Zweifel daran, dass es an der falschen Selbsteinschätzung liegt, wenn jemand im Glauben nicht durchhält, auch wenn er einen scheinbar guten Anfang hatte. Was war das Hindernis für die angesprochenen Galater? Vergleiche Galater 5, Vers 7, die ihren Lauf nicht fortsetzten. Ihr Problem war, dass sie ihr Vertrauen auf eigene Werke setzten und ihr Vertrauen auf Christus verloren. Ich möchte dich davor warnen, auch nur ein wenig von deinem persönlichen Leisten in den Mörtel zu mischen, mit dem du die Grundlage deiner Errettung baust. Sonst wird alles zusammenbrechen. Vertraue von Anfang bis Ende nur auf Christus. Er ist das Alpha und das Omega, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Vergleiche Offenbarung 22, Vers 13 und Hebräer 12, Vers 2. Oder um Paulus zu zitieren, Das ist unmöglich. Du musst dein Leben im Glauben so weiterführen, wie du es begonnen hast. Sonst wirst du niemals das Ziel erreichen. Lass Jesus deinen Erlöser von allem und in allem sein. Wir haben es nötig, dass Gott, der Heilige Geist, uns ganz klar zeigt, woher die Kraft kommt, die uns bis zum Ende bewahrt. Bis auf den Tag der Wiederkunft Jesu. Vergleiche 1. Petrus 1, Vers 5. Paulus war im Blick auf die Gemeinde in Korinth, trotz aller menschlichen Missstände, voller Hoffnung und dankte Gott alle Zeit für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus geschenkt wurde, damit ihr an allem reich geworden seid in ihm, in aller Rede und aller Erkenntnis. Denn das Zeugnis über Christus wurde bei euch gefestigt, sodass keine Gnadengabe fehlt, während ihr auf die Offenbarung Jesu Christi unseres Herrn wartet. Er wird euch auch festigen bis ans Ende, sodass ihr schuldlos dasteht am Tag Jesu unseres Herrn. Treu ist Gott, durch den ihr berufen worden seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. 1. Korinther 1, die Verse 4 bis 9. Mit diesen Worten spricht Paulus die Unfähigkeit der Korinther an, die auf uns ebenso zutrifft. Doch gleichzeitig sagt er, dass Gott für alles Notwendige sorgen wird. Immer wenn der Herr eine Vorkehrung trifft, dürfen wir sicher sein, dass auch die Notwendigkeit dazu vorhanden ist, weil Gott nichts Überflüssiges oder Unnützes in seinem Gnadenbund einschließen wird. Bei irdischen Königen hängen goldene Schilde zur Dekoration, die niemals gebraucht werden. So etwas gibt es in Gottes Waffenkammern nicht. Alles, was Gott vorbereitet und verordnet, werden wir auch ganz sicher brauchen. Von diesem heutigen Tag bis zum letzten wird sich alles, was Gott verheißen und veranlasst hat, auch als notwendig erweisen. Er selbst gibt den Gläubigen das, was sie für ihren Glaubenskampf benötigen. Kraft, Ausdauer, Beharrlichkeit und das Festhalten bis ans Ende. Und diese Dinge haben wir alle, selbst die reifsten Gläubigen, jeden Tag nötig. Davon legen viele Aussagen im Neuen Testament Zeugnis ab. Auch Paulus wusste, dass er täglich von Gottes Gnade abhängig ist, um durch sie im Glauben durchzuhalten und standzuhalten, um letztendlich als Sieger ans Ziel zu gelangen. Es ist Gnade und ein Resultat des Glaubens, wenn man erkennt, wie sehr man Gottes Gnade benötigt. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann werden dir die täglichen Anforderungen des geistlichen Lebens bewusst sein. Ein Toter braucht keine Nahrung, aber ein lebendiger Mensch bekommt Hunger und Durst und ist davon abhängig, dass er täglich das bekommt, was er zum Leben braucht. Der Gläubige ist durch Gottes Geist zu neuem Leben erweckt worden und muss deshalb täglich im Geistlichen von Gott gestärkt und ernährt werden. Ohne die Nähe zu Gott würde er schnell verhungern. Dieses Prinzip trifft auf jeden einzelnen Gläubigen zu. Auch die Korinther, die von Gott überreich beschenkt wurden im Wort und in der Erkenntnis, mussten von Gott persönlich bis ans Ende festgehalten werden, sonst hätten ihnen die Geistesgaben und Stärken nichts genützt. Im Gegenteil, sie hätten nur noch zu ihrer Schuld beigetragen. Wenn wir in allen Sprachen der Menschen und der Engel reden könnten, aber nicht täglich von Gottes Gnade lebten, dann wären wir nichts. Wenn wir Erfahrungen in allen Dingen hätten und Älteste der Gemeinde und Vorbilder im Lebenswandel wären, wenn Gott uns alle Geheimnisse offenbaren würde, könnten wir doch nicht einen einzigen Tag ohne seinen Beistand leben. Wie könnten wir auch nur eine Stunde, geschweige denn ein ganzes Leben lang, durchhalten, wenn Gott uns nicht an sich festhielte? Er, der das gute Werk in uns angefangen hat, wird es auch zu Ende führen, bis Jesus Christus in Herrlichkeit erscheint. Dass wir in diesem, wie auch in anderen Punkten, so sehr von Gott abhängig sind, liegt zum größten Teil an der Schwachheit unserer sündigen Natur. Manche haben schreckliche Angst, dass sie ihre Rettung verlieren könnten, weil sie wissen, wie unbeständig sie sind. Es gibt Menschen, die von Natur aus standhafter, disziplinierter, um nicht zu sagen hartnäckiger, als andere sind. Manche wiederum sind charakterschwach und fallen ständig. Sie gleichen einem Schmetterling, der von Blume zu Blume flattert, ständig auf der Suche nach aufregenden Dingen. Sie bleiben niemals lange genug an einer Stelle, um etwas Gutes zu bewirken, weder im Beruf noch in privaten Dingen. Bei solchen Menschen kann ich sehr gut verstehen, dass schon allein der Gedanke an ein lebenslanges Beständigsein im Glauben bei ihnen Sorge und Ängste weckt. Ich bin schon vielen Leuten begegnet, die sich erst verschiedenen Gemeinden anschlossen, bis sie schließlich völlig die Orientierung verloren hatten und mit dem Glauben brachen. Sie probierten alles aus und hielten niemals durch. Solche Menschen haben es umso nötiger, darum zu beten, dass Gott sie an sich festhält und in ihnen ein Wunder bewirkt, dass sie immer mehr zunehmen in dem Werk des Herrn. 1. Korinther 15, Vers 58 Doch auch wenn wir nicht alle von Natur aus zu Sprunghaftigkeit neigen, ist doch jeder von uns von Gottes Durchtragen abhängig, da die menschliche Kraft zu nichts Geistlichem zu gebrauchen ist. Erst wenn Gottes Geist uns wirklich lebendig macht und wir auf die Gerechtigkeit Jesu und die Kraft Gottes vertrauen, haben wir einen Grund zur Hoffnung. Oder erlebst du nicht auch, dass jeder Einzelne deiner Tage genug Situationen bereithält, die für dich zu schwer sind und in denen du zur Sünde verleitet wirst. Ich hoffe, dass es dein Wunsch ist, in vollkommener Heiligkeit vor Gott zu leben. Aber dennoch geht es uns allen so, dass, noch bevor wir unser Frühstück beendet haben, schon genug Gedanken und Begierden in uns aufkeimen, für die wir uns vor Gott schämen. Auch wenn wir uns als Einsiedler in einer einsamen Zelle einsperrten, würde uns die Versuchung dorthin folgen. Denn solange wir nicht vor uns selber fliehen können, werden wir auch dem Reiz der Sünde nicht entkommen. Die Ursache hierfür liegt im sündigen Wesen und dem Gewissen, das die Aufgabe hat, uns wachsam und demütig vor Gott zu machen. Doch solange Gott uns nicht seine Gnade schenkt und unsere Herzen nicht festigt, sind wir so schwach, dass wir immer stolpern und fallen werden. Und das nicht durch einen Feind von außerhalb, sondern durch uns selbst. Deshalb ist mein Gebet, Herr, sei du meine Stärke, denn ich bin viel zu schwach. Das Leben ist an sich etwas sehr Ermüdendes. Zu Beginn des Lebens mit Christus gleichen wir einem jungen Adler. Wir laufen, ohne müde zu werden. Doch schon bald scheint dies nur noch an unseren besten Tagen der Fall zu sein. Mit dem Alter wirken unsere Schritte langsamer, aber in Wirklichkeit sind sie fester und eher bereit, anderen zu dienen. Ich bete zu Gott, dass uns die jugendliche Kraft erhalten bleibt, soweit es sich dabei um eine göttliche Kraft handelt und nicht nur um menschlichen Ehrgeiz. Der Weg der Nachfolge ist hart und oft steinig. Wie John Bunyan es so gut in seiner Pilgerreise beschreibt, begegnen uns auf diesem Weg Hügel der Schwierigkeiten und Täler der Demütigung, ein Tal des Todesschattens und ein Markt der Eitelkeit. Doch durch all das begleitet uns der Herr. Wenn Gott uns in seiner Gnade über herrliche Berge führt und Gott sei Dank, er tut es, dann werden wir auch Schlösser der Verzweiflung durchqueren, die der Pilger auf seiner Reise nur allzu oft von innen gesehen hat. Wenn man den Lebensweg eines Christen vom Ende her anschaut, kommt man zu dem Schluss, dass alle, die auf dem Weg der Heiligung bis zum Ende durchhalten, Menschen sein müssen, über die man nur staunen kann. Die Tage eines Lebens mit Christus sind wie einzelne Diamanten der Gnade, die auf die goldene Schnur der göttlichen Treue gereiht werden. Im Himmel werden wir den Engeln, Fürstentümern und Gewalten die unerforschlichen Reichtümer Christi erzählen, die uns verliehen wurden und die wir genossen haben, während wir auf dieser Erde lebten. Am Abgrund des Todes sind wir am Leben erhalten worden. Unser geistliches Leben gleicht dann einer Flamme, die mitten auf dem weiten Ozean brennt, weit sichtbar, doch nur durch Gottes Gnaden nicht erloschen. Das Universum wird staunend zusehen, wie wir bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus gerechtfertigt und schuldlos durch das Perlentor eingehen werden. Es muss uns in Staunen und Dankbarkeit versetzen, wenn wir auch nur eine Sekunde lang durch Gottes bewahrende Gnade bei ihm bleiben. Und die Wahrheit ist, wir werden es in Ewigkeit sein. Alles, was ich bisher aufgezählt habe, müsste genügen, um dir deine Schwachheit und Gottes bewahrende Gnade vor Augen zu führen. Aber es gibt noch mehr, worüber ich mit dir sprechen muss. Ich möchte dich daran erinnern, an was für einem Ort wir leben. Für viele Christen ist die Welt eine Wüste voller wilder Tiere. Einigen von uns hat Gott in seiner Gnade ein ruhiges Leben geschenkt, während andere ständig schwerer Verfolgung ausgesetzt sind. Wir haben in unserem Land die Freiheit, den Tag mit Gebet zu beginnen und sehr oft hört man fromme Lieder in den Häusern. Aber wie viele unserer Glaubensgeschwister müssen täglich unter dem Spott und den Lästerungen ihrer Mitmenschen leben? Ob zu Hause oder auf der Arbeit, sie werden belächelt, ausgelacht und angefochten, ähnlich wie Loth es in Sodom erduldete. Vergleiche 1. Mose 19 und 2. Petrus 2, Vers 7. Wie viele Christen können heute über die Straße gehen, ohne dass sie Schwierigkeiten und Versuchungen ausgesetzt sind? Das Beste, das wir in dieser Welt tun können, ist, so vorsichtig und schnell wie möglich hindurch zu gehen. Überall lauern Gefahren, denen wir begegnen müssen. Doch dabei rüstet uns Gott mit seinem Wort aus als mit einem gezogenen Schwert und mit der mächtigen Waffe des Gebets. Wenn du glaubst, ich würde übertreiben, dann wirst du sehr bald und unsanft aus deinen Träumen geweckt werden. Wahrer Glaube ist durch und durch übernatürlich. Er beginnt durch Gottes übernatürliches Eingreifen. Er führt uns durch Gottes übernatürliche Gnade, bis wir in Gottes übernatürliches Reich eingehen werden. Den Glauben zu bekommen und im Glauben zu bleiben ist voll und ganz Gottes Werk. Deshalb ist es nötig, dass wir uns andauernd an ihm festhalten. Ich hoffe, dass du dies verstanden hast und dass es dir bewusst ist, denn deine Bewahrung liegt ganz in Gottes Hand. Er allein kann uns davor bewahren, von ihm abzufallen und er wird uns sicher in das ewige Reich seines Sohnes bringen. Dieser Artikel stammt aus dem Buch »Ganz aus Gnade« von Charles H. Spurgeon, erschienen beim Herold Verlag. Bestellnummer 072. Preis 5,90 Euro. Charles Haddon Spurgeon, 1834 bis 1892, ist einer der einflussreichsten Prediger des 19. Jahrhunderts. Durch Gottes Gnade durfte er für unzählige Menschen ein Wegweiser auf Christus hin sein.